Läuft! Konnichiwa Twitches! Nächste Runde im Gehbehinderten-Modus übrigens, äh, von, von Story's Path of Destinies. Ich glaub wir gehen das einfach so von oben nach unten alles durch, oder? Diesmal bauen wir mal den Skyripper, weil wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Auch wenn ich die neue Option interessant finde, aber sonst verlier ich bestimmt noch den Überblick. Ahem. Every child knew about the Skyripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the Lost Gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? Was more than Renata could fathom. But if you could find a legendary weapon, he would use it. Yay. Bin gespannt. Hallo Tobi Play Games und hallo Saki-sama. Einen wundervlauschigen Tag. Ja, flauschig hab ich's an den Beinen, auch wenn's weh tut. Mimimimimi. Hallo Vanni. Hallo Janina. Haha, vorher können wir uns einkaufen gehen. Diese Ladezeiten immer. Na komm. Wie hat er den Skyripper gewählt? Rinaldo never made plans that required constant vigilance he was a hero he didn't think too much he just went with his gut and hoped it all worked out the Skyripper was a long shot he'd have to devote himself to it no side journeys no rescuing old friends that was against his nature could he stick with it yes you know always pretty happy to carry you know what's not a new sword yeah then give me just a workbank somewhere and I can also do a sword what's called a Kiwi? no, that's not a workbank man has a bit of a mess yo, what have we at all? we have this there, we can't upgrade Ja, wir können das upgraden, aber das ist ja doof. Ich hätte halt gern irgendwie die anderen Schwerter noch, bevor ich irgendeins upgrade, versteht er? Da fehlen uns 20 und hier fehlen uns 4 Wasserextrakte, wo auch immer wir die hernehmen müssen. Wobei ich ja meinte, dass die Selbstheilung ganz geil wäre, ne? Ach komm, mach mal. Das ist schon die höchste... Wow. Okay. Dann kann das ja so toll nicht sein, das Schwert. Schauen wir mal. Gibt's hier irgendwas zum kaputtschlagen? Ich brauch mehr Ressourcen. Hier schon wieder. Ja, kein Problem. Kommst aber nicht hier... Äh, Trollbots. So, hier hast du mir Popcorn-Geld. Nein! Who are you looking at? Oh, right. No one. Ups. Das war so nicht gemeint. Hyfax! Danke. Danke. Popcorn-Geld. Ich hatte gestern so einen Heißhunger auf Popcorn. Ich komm langsam in meine Heißhunger-Phase. Das ist nicht gut. Ich sollte langsam mir mal wieder was gönnen. Ähm. Ja. Christian und Tobi, danke für die Horsties. Ach, das ist ja... Mann. Ich will... Ich will mehr Schwerte haben. Warte, warte. Nein! Nein! So, bladde! Da, 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 da! Eilein! Hi! Dankeschön für den zweiten Monat. Ich kann da ja stehen. Das habe ich gar nicht gesehen von außen. Und weiterhin willkommen in der... So, bladde! Da, 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 da! Voll geil. Harry Potter-Trollrotz. Ja! Hallo, Harry Potter-Fan! Und Trollin! Ich musste den Sound nehmen. Außerdem sammeln wir hier Popel. Besser hätte es doch gar nicht kommen können. Hihi, ist das geil. Oh, hier. Alles meins. Altar benutzen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen auf Gesundheit gehen, oder? Kann ich sogar. Ja, das geil ist nicht. Ihr geht mir nämlich zu schnell runter. Ich bin ja immer so unvorsichtig. Alex, mach's gut! Bis demnächst. Kann ich hier? Nee. Ich kann nur Feuer... Also ich kann nur blau... Nee. Rot... Also orange und grün. Ja! War klar. Boah! Ach nee, das ist wieder so ein Penner-Cop. Ey, ich hab den noch da drauf geworfen. Fuck! Jetzt aber! Okay, was kann ich kaputt hauen? Alles! Alles kaputt schlauen! Das so stimmt. Ich kann mich ja heilen. Ahaha! Boom! Boom! Ich meine, es ist ja nichts mehr. Na gut. Dann kann ich... Ich geh erstmal da rüber. Hmhm. Hab ich gewusst. Nur drei Stück. Schon ein bisschen geizig, das Spiel. Oh. Was denn? Die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der... Immerwährende Kaiser Ilbis... Mithilfe des Skyrippers ver... Was? Dass der immerwährende Kaiser Ilbis mithilfe des Skyrippers verbannt hat. So rum. Danach vergrub der... Immerwährende Kaiser... I.K. Mann. Schreib das doch aus. Wo ist das Problem? Also, jedenfalls vergrub er danach die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien? Oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Ilbis... Iblis... Iblis. Oh mein Gott. Hirnmatsche. Eine tiefere Beziehung bestehen als die der Waffe und des Opfers. Tobi, bitte was? Ich soll nicht in den... Ich muss doch das jetzt lesen. Meine Rituale werden den Iblis Stein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Das... Warum? Ich will das nicht lesen. Ich will weitermachen. Entschuldigung. Ich will das Spiel weitermachen und ich habe das Gefühl in dem Text, das war jetzt nicht so. Das war jetzt einfach so. Tut mir leid. Ihr habt es in der Zeit ja eh von allen selber gewesen, mit der ich hier rum gestottert habe. Oh shit, die machen übelst Schaden. Ich soll da nicht so reinpreschen. Wobei sie sich heilen können, ist schon echt gut. Hallo, du da. Hey. So. Hier ist nix. Hör mal. Warum? Ich will da rein. Na gut. Ouch, ouch. Nein. Shit. Haha. Ich darf nie wieder ein anderes Schwert benutzen. Ich habe da noch Power übrig. Grr. Okay. Das war mal so ein Puzzle von Semi an. Guck mal. Liebe Puzzle an die Semi zurück. Eigentlich war das nur Baum mit Augen, Baum mit Augen, Baum mit Augen. Er war zu der Zeit etwas... Okay. Oh. Nein, da komme ich ja nicht mehr zurück. Oi. Warum bin ich denn so doof? Weil da eine Kiste ist. Kisten machen doof. Jetzt, 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 jetzt. Nix mehr? Okay, ich komme doch wieder zurück. Ja, das ist ja einfach. Echter Wälder. That wasn't so hard. Ja. Habe ich ja auch nicht behauptet. Aber wo geht es denn jetzt hin? Da geht es runter zu einer großen Tür. Das heißt, da gehe ich nicht hin. Okay, wir hatten nur einen Schweizer Forst. Komm mal. Danke, Forsti. Nein, das ist meine Füße. Nein. Gib mir all den Scheiß. Hm. Und da drüben... So ist denn das Ding hier da. Fliese. Hier kann ich auch nicht irgendwo, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt den langen Weg runter. Da steht Schweizer Franken drin. Vielleicht hat sich das umgestellt. Ach, deswegen habe ich ein Schweizer Konto. Ich verstehe. Guck mal, da haben wir den ja schon. Ja, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Wie, das ist ja jetzt beides anders. Beim letzten Mal wollten wir die auch ausquetschen. Ich weiß nicht, soll ich mich das jetzt durchziehen? Oder, oder, oder? No use for Nick. Hallo und danke für den Host. Ähm. Ziehe ich das jetzt durch mit dem Skyripper? Oder gehe ich wieder zu der Eulen? Ich ziehe das jetzt mal durch. Es war ein no-brainer. Er hat sich verletzt, sein altes Freund, Lepino, um die Armature zu bekommen. Und die Armature war nicht so gut für sich. Nur eine Reihe von Köln und Rücken. War demanded sacrifices. Und er würde mehr machen vor dem Ende. Er würde sich entscheiden, das größte Worte, egal wie viel es ihm kostet. Zenobia. Well, er würde sie später oder später sehen, über eine battlefield oder eine Sord's Point, bevor all das war. Er war sicher. Ja, wissen wir doch jetzt. Hallo Kayana. Ach Gott, ach Gott. Meine armen Knielchen. Gottchen, Krachbomente. Hi. Und Underworld. Hi. Doubts sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Skyripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. somehow he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense? Mm-mm. Aber cool, dass uns das Ding jetzt hinterher fliegt. Ach Gottchen! Das ist, was mir jetzt erst auffällt. Das mach ich mal kurz, das mach ich mal kurz anders. Oder? Doch, doch, das machen wir mal kurz anders. Sekunde. Was sieht denn das aus? Ich hoffe, ich hab alles erwischt. Ich schieb mich hier mal ein Stückchen runter, damit ihr seht, wie viele Ressourcen ich da sammle. Das wird da oben immer angezeigt und ihr seht das gar nicht. Das ist ja doof. Hätte mir mal einer sagen können. Aber da drüben komme ich nicht mehr zurück, wenn ich mich da langgrappe. dann gehe ich erst mal hier lang. Da ist bestimmt noch eine Kiste. Ui! Runterspringen? Siehst du, ich hab doch gesagt, da ist noch eine Kiste. Und jetzt seht ihr da oben nämlich auch, was ich alles habe. Wie soll, dass ich heute nicht so viel im Chat aktiv bin, wo heute ein echter ist, dann hat kein Ding lustig. Dann chill. Und hallo Red Bull. Soll ich da runterspringen? Das war bestimmt doof, oder? Das andere hätte mir viel mehr gebracht. Hallo der Pils! Hier ist ja nix los. Heilen kann ich nicht. Hammer werden. Kleine Stückchen. Aha! Hey! Mach auf! Das ist voll blöd, dass ich das jetzt als Sound gemacht habe. Jetzt weiß ich immer nicht, was ich am Ende noch machen soll, um irgendwie lustig zu sein. Hm. Dankeschön, jedenfalls. Pfiou. Wohl witzig. Alter! Au! Au! Das macht schon Spaß. Dann schauen wir halt, dass wir hier schnell wieder wegkommen mit dem, was wir haben wollten. Ja, ja. Nein! Au, verdammt mich. Geht doch. Mann, da war so ein Level-Up-Dingens vor der Tür und jetzt darf ich nicht mehr zurück. Das ist voll gemein. Achso, haben wir es schon wieder. Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse alles. Ich habe es nicht mehr, wie ich das Gefühl habe, und ich habe es nicht mehr, was ich sah da. Das fühlt sich so an. Das schnell wie er konnte, er hat sich die Archosehedren in die Armatur gelegt. Die Raden begannen zu spinnen. Dann Glow. Das Gefühle wird schnell verschwinden. Jetzt, er hat nur Angst. Er hat sich gut geschehen für diesen Armpatum gewonnen. Hm, vielleicht Lepino war nicht so gut. Freund. Ja, das macht ihn besser. Er hat ihn zurückgebracht. Er hat ihn zurückgebracht. Jetzt hat er seinen nächsten Schritt gemacht. Es gab eine wichtige Empfehlung auf dem Nexus. Wenn es das wirklich eine Art superwebnis war, könnte er es tun, um die Schmerzen zu tun. Und wenn es nicht war, würde er das wissen, bevor es der letzte Kampf war. Aber vielleicht sollte er es zeigen, zu einem Wissenschaftler zuerst. Es gab ein Observatoren auf dem Nexus. Vielleicht sollte er da gehen, bevor er es schmerzt hat. Das macht schon Spaß. Ja. Hallo, Sofa-Wöllchen. Ich finde diese... was? Zusatzsätze? Zusatzsätze? Hallo, Annektierungsamt. Wissen ist Nacht. Okay. Wissenschaftler, Außenposten. Was ist neuer? Achso. Neuer Charakter. Hallo, Mr. Orgmorg. Hm. Was ist neuer? Achso. Neuer Charakter. Ja, komm. Na klar. Wenn du nur ein Weapon aus der Legende ausgestattet hast, die die Gäste aus der Welt auszuliehen kann, willst du einen Wissenschaftler oder zwei sehen. Und wenn sie auch nicht antworten, und er hatte Zeit, könntest du sich selbst fragen. Ja. Das Observatoren wäre sein Objektiv. Ach, das wird langsam ungemütlich. Ich bin halt so ein Mensch, ich sitze immer so gerne im Schneidersitz. Und das geht jetzt nicht. Ich hasse das. Hallo, Fleischdealer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ganz geil, wir kurz finden. Silbertö! Ne, halt! Ach komm, das ist doch gescheatet! Dadadadada! Ich kann grad nicht! Oh Gott! Mr. Orgmorg! Hey! Ey, komm schon! Jetzt aber! Hammers! Halleluja! So. Bester Orgmog, vielen Dank für die Unterstützung und den Zap- und Hörper-Dörper. Hab Spaß mit bunten Bildern und handherzlichen Willkommen in der Subklade. Dadadadada. Hier. Ich mag das. Oh, jetzt fahren wir wieder. Ja, Energie, Gesundheit. All das gute Zeug. Und mehr Erze. Äh, warum nicht? Ich hätte sparen sollen. Ich hätte wirklich sparen sollen. Ach, guck mal. Einen Punkt haben wir. Was können wir denn da machen? Oh, das ist geil. Wenn du einen Feind mit Schild anhakst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Das ist nett. Was haben wir denn hier noch? Stürze durch Gegner... Ich blende mich dafür mal ganz kurz aus. Damit ihr das auch seht. Ähm, stürze durch Gegner durch... Geh ein... Was? Was ist denn stürzen? Ach, das... Das ist das Wuschen. Ähm... Das nächste Guinness Get of Mitch Less than 3 Get of Mitch Eileen Dankeschön Das ist ja jetzt dann quasi ein Guinness Dankeschön Was ist eigentlich los? Ist das Monatsende? Ich mach hier einfach weiter Verlangsamen Das ist natürlich auch cool Zeit verlangsamen Das finde ich irgendwie cool Weil das ist mir Abwehr Das ist auch nicht schlecht Das kann ich ja eh noch nicht ganz durchspielen Ach irgendwie macht das alles Sinn Warte mal Gesundheit? Nee Gegner durch Das da wäre das gewesen Zeit verlangsamen Zeit verlangsamen Oder Ach komm Zeit verlangsamen Da bin ich wieder Hi Habt ihr mich vermisst? Okay Aber wo geht es denn jetzt weiter? Weil hier kann ich ja nicht durch Achso 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 Oh Gott Ah So Na gut hier Perfekt Hallo Spuna! Halt, stopp. Geh jetzt noch nicht auf die Plattform, ich hol mir erstmal die Kiste hier. Nya 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 nya. Ja, ich weiß, ich hab daneben gehauen. Das nicht. Das hat echt schon ein bisschen so ein Stanley Parable Ding. Das hab ich ja schon ganz am Anfang gemerkt, als ich irgendwie so vor der Tür rumlief, weil's nicht weiter ging und ich ungeduldig war. Und dann hab ich direkt ne Trophy bekommen. Hallo Frau Flausch! Oh Gottchen! Schneller. Ich hab's das. Wie? Ich hab's ja schon. Kann ich mir jetzt ein neues Schwert nennen? Das ist das! Hi! Dankeschön für den zweiten Monat! und weiterhin willkommen in der Soplatte. Handherzlich. Ganz wichtig. Oh, oh, oh. Okay. Was ist denn? Ich will... Ich spare jetzt. Alter, was? Wie viel? Oi. Hatte ich da nicht mal mehr von? Das ist alles kacke. Ja, das brauche ich ja nicht aufrüsten, weil das benutze ich ja eh nicht. Ich benutze ja dauernd das, weil ich mich damit heilen kann. Das finde ich irgendwie viel sinnvoller. Ich will die anderen Schwerter ja nur, damit ich alle Türen öffne. Ich sparte. Wo? Huch? Was ist denn? Ach, so. Okay. Ja, wo fliegen sie denn? Ja, wo fliegen sie denn? Ja, wo fliegen sie denn? Was fliegt der denn auch so blöd im... Zick, zack. Höh! Höh! Hihihihi! Geh! Hihihihi! Höh! Ah, schnerps, nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Explodierende Raben. Mhm. Da sind doch Drogen im Spiel. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie nach wenigen Sekunden. Nutze sie zu deinem Vorteil. Nein, ich will zu dem. Als erstes. Feuer, Penner, Rabe. Na komm! Heilen ist echt gut. Ich mag das heilen. Das rettet mir ein bisschen den Hintern. Oh, ein Timer. Höh! Katja, du hast recht. Äh, liebes YouTube, ich muss einen Cut machen. Ich habe schon fünf Minuten, sechs Minuten überzogen. Menschenskind. Weil das Spiel aber auch so ein-du-f-einnahmt. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.